okay haben wir den lange rast was ist los das wäre fies das Der Rite. Der Master braucht ihn. Er muss erzunehmen. Was ein schönes Wettbewerb. Aber ich bin sicher, dass ich ihn will. Ich möchte ihn töten, du siehst. Wir werden wieder leben, Astarien. Die Schmerzen auf unsere Hände sind mit der krulesten Kraft. Seven Spawn, Seven Sigils. Ihr Nummer 7, der letzte Teil des Rite. Er braucht uns alle für die Black Mass. Unsere Fates wurden in seinem Schreiben lange vorhin. Ein Wettbewerb zu seinem Lieblingspaar. Fulfilliert in der Krypte unter seinem Palace. Das ist unsere einzige Chance zu sein, zu werden! Zu Ende Centuries von Slavery! Du wirst nicht das, Astarien! Ist das jetzt nur die zwei oder sind es mehrere? Plötzlich sind es mehrere, weißt du? Ähm, ich bin hier jetzt mit ihr. Zack! Ah, den habe ich nicht gewischt. Ah, ich kann noch ein bisschen laufen. Ah, jetzt habe ich den auch gewischt. Okay, Astarien. So. Erstmal was er halt. Oh fucker! Das hat echt gut geblockt. Jetzt komme ich. Ähm, der Strahl wäre dumm. Ja. Ich glaube, das ist mal drauf. 20? Ich habe euch eigentlich einen der Stärke ist. Ein Schlag. Also nur Schlag. Ich will hier keine große Dings machen. Machen wir das ganze mal. Boah, einfach ausgelöscht. Sogar er hat Schaden genommen davon. Und lol. Okay. Knurr. Ich hab mich angeknurrt. Hey. Eins. Das waren vier, ne? Auch drei. 36. Eins. Zwei. Zwei. Hm. Und weg. Okay. Geil, dass ein großer Ding drauf wäre. Oh, 20% ne? Ähm. Das waren nicht viel Schaden. Der macht auch nicht besonders viel, ne? Oh, 20% ne? Das war nicht. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Ich hoffe, dass dein Herz gut ist. Das muss sich enden. Eine Art oder andere. Sie haben meine Schmerzen und sind recht. Ich muss das Crypt finden, und wissen, was diese Markungen wirklich sind. Okay Ok. Naja. Ähm, ich speicher das mit. Oh. Oh. Ich schläft, ich hoffe nicht. Ok, ich weiß gar nicht, was es außerhalb des Lagers so los war. Oh. 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 Ich muss auf jeden Fall nach oben Um wirst du das denn jetzt klar noch kurz neu die anderen weiß das ganz linke war in diesem raum von diesen typen wir jetzt noch mal die anderen portal ausprobieren ob ich da nicht weiterkomme dann mache ich aber weiter keine ahnung ok ok wahrscheinlich alles das gleiche moment kann mich um unsichtbar machen eine person die geht dann rein guck ob das funktioniert ähm wer war das da noch mal unsichtbar ich glaub das war sie mit Was ist mit ihr? Let's try this way. Let's get this thing open. Oh no, I'm going to push it. 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 How is that? Why do we do that in a minute? Why I'm going to do this? Why I'm going to push it around? Hey, hey! Andere Rede! Wieso muss man da rum in der Dunkel? Gibt's da keinen anderen Weg da rein? Ähm... Bitte den rein. Oh, Dunkenschlag. Das kann ich ja immer machen. Ähm... Okay. Oh. Okay, das ist einfach. Warum auch immer? Ähm... Trang... Ass beschwimmen... Das erscheint eine Unsichtbarkeit nicht. Habe ich einen Unsichtbarkeitstrang ist die Frage. Oh, okay. 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 Oh, okay. Now. Okay. Okay, das ist der erste Mal. Okay. Ja, ich erschlepp mich immer wieder, wenn dieses Chess-Ding jetzt kommt, okay, eher nicht. Hat er was? Hat sie was? Nope. Auch nicht. Sehr schade. Egal. Dann gehen wir halt wieder. Wir kommen ja später irgendwann mal da rein. Schade, schade. Was sieht hier? Wir gehen also rum. Dr. Morbette. Ah, Dr. Morbette. Dr. Morbette. Oh, das ist doch so dunkel. wer jetzt so stark was schädig ist ich bin fresh ones to my husband bedauern so Was mein Mann war ein Arsch? Aber er gab mir drei schöne Kinder. So die alte Goat bekommt flowers. Ich bekomme sie bei Blombrich. Ein Druid lives das so. So you know they're extra fresh. Of course. Come back any time. You won't find fresher. Flowers every colour of the rainbow. Right here. Psst. Keep a look out. The Mortarck don't take kindly to raisin the dead. But I won't be long, I promise. My big brother, Garret. He got killed by that murderer guy. But I'm gonna fix him. Now keep watch. Jetzt bin ich mal gespannt. Merkul ok. Sollte eigentlich nicht funktionieren. Bei Merkul hab ich getötet. The child has power but lacks control. You're close, Merkul. I can feel your shadow. Give my brother back, please. Eigentlich würde ich eher das besser finden, ne? Aber er könnte theoretisch sagen, wer es war. Really? I'm gonna try it right now. Wollt ihr wirklich jetzt eine Struktologie geben? Ähm. Ups. Direkt man alles erwacht. He. Was ist das bitte zu klein? Aber war bei ihr immer so, ne? Oh ne, ich triff sie auch. Das ist nicht gut. Oh ne, ich triff sie auch. Ähm. So triff ich auch nicht, ne? Ich mach mal kurz R5. You can act fast. Da war's gleiche. Und dann einfach rein los. Okay, hier. Noch kurz R5. Okay, die Wache ist auch dabei. Oh, die kämpft auch mit. Oh, die kämpft auch mit. Das hat sich gar von rein bewegt. Meine Axt. Oh, das war gar nicht meine Axt. Das war die Axt. Das war die Axt. Das war die Axt von denen oben. Ey. Okay. Ich wusste, weil ich das gehört nicht. Ähm. Okay. 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 Uhr, was uns gut ist. Gibt einfach, was? Daneben? Oh. Nochmal zwei. Es wird immer mehr. Ey. Was istік? Du solltest dir. Was wohl passiert hier? Okay. Das wird irgendwie immer mehr. Ich bin gespannt, wie das respektiert wird. Ich mach das mal eben hier, ne? So. So. Ich bin nicht mehr verletzend. Die Krieg ist verletzend. Hä? Hast du mir das Wort nicht verstanden? Ja, kommt nur her, kommt nur her. Es ist gut, dass er dann an der Reihe steht. Okay, sie macht das Werfen. Hm. Ähm. Das ist frohlich. Was soll denn? So. 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 Heilung. Ah komm, Heilung, 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 Heilung. So. So. Ah, das ist auch noch eine Menge. Ah, das ist auch noch eine Menge. Wollen wir erst da lang gehen will, entschließt mich nicht. Wollen Sie? Ich habe das zu. Ich habe das alles gefeiert. na ja ja doch schon das war gerade echt krass wo ist dahin aber wie komme ich da ja my folks a buried here your to pay them a visit it's not respectful we must here lie plock and carlac cliffgate my parents Oh. You're with me here. Anyway. Taters. Cut off him. Men, I love you in the Cliffgate household. I can't even remember how it started anymore. Lost family law. There was a lot of silly nonsense in our house. My mates used to say we had our own personal language. I guess I'm the last remaining speaker. Mum used to say there was no such thing as death. That there was only change. Dad thought that was a load of woo. That gone meant gone, unless you'd struck a deal with one of the gods. Said he had better things to do in life than beg favours of immortals. I'm not sure what I believe. Something to look forward to. Bit morbid, but true. All the same. Here lies Plot Cliffgate. Beloved husband and father. I'm not sure what I'm talking about. But... I don't know what I'm talking about. I have Level-ups. Let's see what I'm talking about. Okay. Cover for... das machen das ist gut das weg das rein ansonsten wiederbeleben annehmen pool 5 kälte kegel und steinwand die todeswolke einmal muss ich jetzt auch leider austausch so lasse ich mal schneesturm so so kommt nicht besonders viel hinzu alles klar was ist das denn second ball so lasse ich gerne mal sehen das ist eigentlich wieder heile ne das geschoss flammenschlag ach das ist so eine normale strinne ok ähm so das passt das passt das passt das passt so jetzt muss ich kurz pausse äh dings speichern dann einmal kurz und lange rast machen alles wieder auszufüllen ich brauche wieder ähm ich brauche wieder ähm ich brauche wieder ähm ich brauche wieder ähm ich brauche wieder die Vorräte warum wollen die alle mir was aua so so ähm so 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 okay so 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 so